so doch geht noch, ich dachte schon kommt in die schussbahn huft es sind ein paar zu viele ja es sind zu viele zumbies 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 zu helfen stehe ich oben und schrei wie ein irrer ach da ich sag schon was fällt an mir abschachteln kann ganz schön stabil sein huah da sind ein paar mehr ZOMBIES! 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 Nicht dass das wie beim Fahrspiel ist hier. Kann ja nicht. ZOMBIES! 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 Vorsicht! Hinter dir! Los! Wow, ja run wirklich hier. Nix! ZOMBIES! 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 hätte ich mal erschöpft wissen eigentlich ich wurde gespawnt verdammt ausnahmsweise helfe ich jetzt mal ausnahmsweise 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 Bist du etwa tot oder wie? Nee Hier nicht ne Leiche vorne Ah Alex kommt da hinten Machen wir mal die Tür Alex sieht das Terminal und wir können da durch Genau Hinter dir Da fliegen Teile runter Level change Zombies Behind you Achtung Eingriffskorb Knochen sind schlimmer Weeeh combine Combine Mein Bauch Ohoho fast tot Bin so gut wie tot ey Bitte Hubschrauber senden hat er gerade gesagt Haha Das hilft auch im Gebäude Oh Hi Boah Coole Kanonen Oh Leben Leben hast du 73 Ich Weg von den Türen Kann ich es nicht früher sagen Haha Ist ja nicht so als wenn da irgendwas piept Was piept denn hier so? Was piept denn hier so? Weg von den Türen Bam Und dann du Kannst du das nicht früher sagen? Haha Gibt keine Vollwandzeitdose Nein Überhaupt nicht Lädt er sich hier gemütlich auf Noch ne Heizung Nimm sie mit Ach Autsch. Meine verdammte Heizung ist doch nicht durch. Oh, den Shotgun habe ich erwischt. Welcher Idiot hat diese Türe haben erfunden? Da passen keine Heizungen durch. Oh, das ist richtig. Oh nein. Wenn das Ding noch genauso viel aushält, wie das andere, dann... Na ja, dann gute Nacht. Tot. Hier ist das Loch. Oh ja, noch eins. Komm her. Boah, der haut dir einfach nur alles rum, ey. Boah, der macht dir alles frei hier. Ach, das Problem ist, im Kreis zu rennen, während das Ding neben dir rumläuft, ist keine gute Idee. Ja, dann regel du das mal, ich versuche ihn abzulenken. Jo, ich regel das mal. Ich rufe Gott an und sage ihm Bescheid, dass er das regeln soll. Kannst du nicht spawnen, oder was? Nein, ich spawn ja nicht. Jetzt bin ich da. Das hat aber gedauert. So, regel das mal, ich lenke ihn ab. Oder du machst das, okay. Fursiert das jetzt, oder nicht? Ich hoffe, dass es geht jetzt. Wo ist das andere Auto hin? Ich habe noch einen HP, ey. Oh Mann. Ich hoffe, ich glaube, dass er es nicht wieder so lange mit dem voran. Oh. 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 Ja, er ist wieder richtig hingeschoben. Ja, jetzt bin ich nicht da. Puh. Wir können jetzt nicht ausweiten. Oh. 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 kommt immer durch der musste zuerst umhauen ja das habe ich jetzt nicht gemacht ey du idiot das hätte ich jetzt wirklich nicht gemacht auf die idee kannst du kommen wenn ich gespawnt bin das war wirklich dumm das war wirklich aus meiner sicht war halt noch ein stück weit weg und dann drehe ich mich wieder um ist ja auch immer da ja aus meiner sicht war die ganze zeit in der nähe hallo alter oh wichs oh wichser ey toll kommt da hinten im auto hervor das war mir nicht möglich auszuweichen und halte ich diesmal leben wuwaah Vorsicht Wenn du da oben bleibst, dann könntest du ihn abschießen, ohne dass er dich erreichen kann Hm, doch, kann er Deine hohe Reichweite Geht doch weg und nicht mehr bei mir, ey Das ist nicht einfach Geht doch mal an einem anderen Ort, ey Geht doch mal an einem anderen Ort, ey ich habe ihn gekriegt die mina den erledigt das war ich habe noch die mine und die pistole sie kommen von den dächern ja gib uns doch ein bisschen pause ich habe noch neun lebenspunkte übrigens jetzt nicht mehr hier ist unendlich ein smg moon granate hat mich geschützt ist aufgegangen schießen wach alex benutzt das geschütz ok schlecht achtung der sommer melodramatisch umgekippt ich lebe ja immer noch hier ist das ende sicher ja 17 minuten aber nicht lieber zu einer ladezone oder kommt das hier nicht ich wollte ganz aufhören oder was darum muss gleich was machen ein bisschen ok gut dann machen wir jetzt hier eine pause ok dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss